Servus Jahn-Fans, mein Name ist David Otto. Ich bin jetzt neu hier beim Jahn. Ich freue mich, in den nächsten Tagen auch mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ab sofort Gas zu geben hier und hoffentlich werden wir euch viele gute und erfolgreiche Spiele zeigen. Ich glaube, dass das bei mir ganz wichtig war. Ich möchte mich persönlich entwickeln. Ich weiß, dass es Entwicklungspotenziale gibt, die ich eben abrufen will und da wurde mir hier einfach ein sehr guter Weg aufgezeigt, wie das funktionieren kann in enger Zusammenarbeit und deswegen möchte ich an mir selber da arbeiten, die Potenziale ausschöpfen und damit dann eben der Mannschaft und dem Verein helfen, so gut es geht mit Toren und mit guten Leistungen. Ich glaube schon, dass ich ein spielerischer Mittelstürmer bin, der sich aber auf keinen Fall zu schade ist, Drecksarbeit zu machen fürs Team, was mittlerweile, glaube ich, extrem wichtig ist. Das kann sich keiner rausnehmen. Ich glaube, gerade bei dem Fußball, der hier gespielt wird, da funktioniert es nur, wenn die Mannschaft jeder mitarbeitet, wenn jeder da fightet für den anderen und ja, wie gesagt, diese Mischung aus spielerischen Akzenten, aber auch eben diesem Kampf, glaube ich, das trifft es ganz gut.